hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge spec ops the line ich höre gerade eine frau schreien was ist hier los die wand der vermissten wo geht es denn hier raus mach das mal auf gott ich schon schreien höre krieg ich die krise scheiße da muss wohl wieder jemand hier hält spielen lauf laufen perfekt laufen laufen lauf doch mal mein gott aus die steuerung ist wirklich schön da wäre es denn habe ich erwischt auf dem feld was für ein feld hier ist gar kein feld mehr taktischer vorteil scheiß dreck und immer diese cool musik dazu ist natürlich gut das ich rufen auf dem feld habe ich ins bein geschossen ist aber leid ins bein geschossen sagt rennen einfach weiter der 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 granaten sehr schön zack okay sauber war ein frei live lauf auch bitte wirklich ja ich habe keine motion mehr shit feind am boden ic ic schön fang die granate sehr schön nachladen weiter geht's fahrstuhl sackgasse okay waffenwechsel deckung gehen vorsicht vorsicht von oben drecksäcke drecken säcken ganz oben ist keiner mehr was der nächste dahin ist noch einer den dürfen wir nicht vergessen sonst fällt er uns gleich in die flanke hat 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 tango ich habe keine motion mehr shit mit granaten aushelfen oder wie das war es im 1 ist leer ak ist auch leer shit okay oh nein cool nachladen ich habe doch nur noch elf schuss clever ok ich muss jetzt hier versuchen schnell an munition zu kommen sonst war es das gleich entweder bin ich zu schlechtem schießen oder die munition ist hier wirklich ziemlich rar verteilt wenn ich noch mal ein bisschen besser treffen würde mit dieser kacksteuerung ey ja man kann natürlich immer alles schon auf die steuerung verschieben schieben schieben so tada da ist einer von mir mp granatwerfer danke ich verzichte ich nehme lieber hier die muni da geht es runter besser ist das aim high da kommt wahrscheinlich gleich da raus wie meine jungs einfach mal als gegner markierung dienen weil sie blind durch die wand durchschießen zumindest versuchen sie es jetzt hast du fallen lassen oh immer schön dergungen kommt da was da ist was da ist was lauf 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 ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen danke komm schon geht doch meine fresse so jetzt muss ich noch zu sehen dass mein kumpel hier nochmal überlebt also schnell hallen durch die mauer durch deckung maus spinnt rum wo geht es hier weiter also jetzt runter oder wie ne wir sind dahin ah ok oder so go 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 hier weiter da jetzt nicht weiter da gibt es nicht weiter ich finde mich nicht zurecht sagen hier oben kein gegner sind ja alles recht okay gerade schön austreiben und dauerfreie belege so muss das sein mehr munition mehr granaten ich suche noch den weg nach unten falls jemand gefunden hat beschreiben munition nehme ich auch gerne danke because of ich habe im munitionsmangel da geht es runter okay gefunden jetzt hier schnell ausschalten der ist futsch okay da ist noch was das ist ein explotions teil okay go go for it check point check point check point check point check point check point auf dem weg das ist ein mg da ist nebendran was cooles zum zerschießen perfekt okay los runter egal gegen die granaten deckung und seite rutschen die man da ein bisschen bisschen ziel schießen veranstalten ja ich sehe es schon ich auch oder war ich das sind viel zu viele da kann es wirklich nicht mehr machen aus kurzer deckung rausschießen deckung rein deckung rausschießen deckung rein ab verdammt keine moni mehr aber gerade cc was ist das ach schalter im fahrer toll antippen verblende viel danke paulens wo das war ein helm den hätten wir den hätten wir den hätten war das ist ja ganz easy mit dem blende noch gegner okay vorrücken motion aufsammeln granaten aufsammeln sehr schön blit granate perfekt mehr munition für bellen verdammte scheiße das hat der oberes geschützt okay das ist das mal wissen wo die gegner her schießen das scheint geschützt zu sein okay laufen wieso rennt er nicht in deckung aha egal laufen 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 oder sind zivilist lebt noch okay ich wollte nur sicher gehen dass ich abgeschossen habe auszusehen das ist aber kein zivilist ich sprengen ja nicht jetzt hier noch mal so verdammt das schuhe vorsicht 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 habe ich so okay ich müsste haben jetzt schnell hier rein in deckung hey okay ja ich kann leider in dem geduckten zustand auch nicht zielen explodiert endlich das muss ein explotions teil oh mein gott das aus explotions teil was das aus explotions teil das meine leute ja verdammte scheiße neue leute hat dauerfeuer naja wie immer bin dabei ich bin dabei ich bin dabei und befehl na los verspringen endlich scheiß scheibe herrungischer freigeschaltet ist ein sturm so muss das sein brutal einfach alles weg geholt alles von alles von sand bedeckt hier hammerhart brutal brutal war es das schulden haben die soldaten sie mitgenommen nein nein was sagen sie jetzt keine ahnung wollen dass wir abhauen ok schittentrick mist tja kann man machen nix checkpoint immerhin alles ok warte bist du ruhig ich denke nach was wir jetzt machen oder sind kleines flugzeug Ah, scheiße. Ich krieg hier was rein. Ein Funkspruch. Lass mal hören. Ihr Name und ihr Ihre Einheit. Welchen Stand ist hier eigentlich? So, was wollen Sie und Ihre Männer? Ich höre leider fast überhaupt nichts. Nachs Überlebnis. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Schön, wie sie das mit der heutigen Technik orten können, ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. Okay, zwei Geheiminfos wieder. Ähm, von denen kommen wir glaube ich, ne? Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und wie es denn mit unseren Wüsten-Cowboys hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ben.